Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich wurde am Freitag auf Mallorca festgenommen. Laut Angaben der lokalen Medien war Ulrich in das Haus seines Nachbarn eingebrochen, dem bekannten deutschen Schauspieler Till Schweiger. Ulrich hatte 1997 als einziger Deutscher die Tour de France gewonnen, zog sich 2006 jedoch wegen Doping-Vorwürfen aus dem Sport zurück. Nähere Angaben zu einem möglichen Strafverfahren sind noch nicht bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017